Meine Freunde, herzlich willkommen zu unserem allerersten NGU2Glory for Champions Run. Ich möchte mindestens Gold 1 erreichen. Alles darüber hinaus ist ein wundervoller Bonus, den wir mitnehmen. Ich werde jedes Spiel alles geben. Boah! Was zur Hölle? Ich verliere mein zweites Spiel im Meterschießen. Ich werde niemals aufgeben. Puh! Puh! Oh, ah! Ja! Das war abseits. Aber der hätte ihn auch nicht reingemacht. Okay, das wird sein letzter Auftritt gewesen sein, Yama. Den musst du machen. Sorry, Yama. Den kannst du schon mal machen. Und danke für den Tipp, mit dem einfach mal schießen und Vertrauen haben. Einer von euch hat reingeschrieben, mir sagt, vertraue einfach mal in Valverde und schieß. Ich weiß nicht, wer es war, aber danke für den Tipp. Ich habe das beherzigt, jetzt hier. Yes! Ha! Ja, Yama. Was ein wichtiger Sieg. Was ein unglaublich wichtiger Sieg. Und absolut verdient. Absolut verdient. Alle verschoben. Ich bin wirklich gerade einfach, ich bin entsetzt von dem, was hier alles passiert, ey. Was ist das für ein Pass? Wer macht denn sowas? Ich wollte da nicht drin spielen, Junge. Das ist so gefährlich. Das kann so verdammt schnell gehen und dann bist du gearscht, Junge. Oh mein Gott, ich habe jetzt Glück seinen Unlosvater, weil ich diesen Fehlpass da umspiele. Ich Idiot. Das wäre es fast gewesen. Bist du wahnsinnig. Was ist das für ein Pass? Adama mit rechts. Let's go, Digga! Back in the business. Das darf nicht wahr sein. Ich soll kein Tor schießen. Also viel krasser kann ich das nicht machen. Wir holen nicht mehr. Tw zu kurz oder sich zumindest? Ja. Ich fühl mich doch gut, mein Gefühl sagt mir auch, spiel weiter, seid ihr ready? Für Spiel um Elite, wir haben es nicht erwartet, wir haben es nicht als großes Ziel gesetzt, aber es ist soweit, Spiel um Elite folgt jetzt und wir haben drei Versuche, my friends. Lewandowski, Junge, Junge, er macht ihn, er macht ihn, Leute, eiskalt. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, Castiel, du bist ein König. Oh mein Gott, hab ich ihn jetzt auseinandergenommen, oh mein Gott, hab ich ihn jetzt Next Level auseinandergenommen, wie beweglich diese kleinen Quirligen da vorne sind. Ich wusste, er verschiebt, zickzack Dribbling, zickzack Dribbling, sein Urgroßvater. Yes, Junge, ja man, Elite in der allerersten Weekend League. Boom, Alter, let's go Digger. Hab ich mir nicht vorgenommen, Leute, weil mit diesem Team das nicht so krass realistisch war, ehrlich gesagt. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Leute, dass Elite 3 haben wir uns officially gesichert, my friends. 23, 5, 23, 5. Let's go Digger, let's go Digger. Das nächste Spiel ist ein Entscheidungsspiel um Elite 2, my friends, in unserer allerersten Weekend League. Wir können 25 von möglichen 30 Siegen holen. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen, Leute. Frage ist halt, was für ein Team erwartet uns jetzt hier? Es ist ein normales Team. Ja, mein Gott, Time-Finish grün. Und drin ist er. Ja, mein Gott, Time-Finish grün. Was zur Hölle ist das? Ach du Scheiße, hat hier Trimax Ice Carl Tiergarten Hoster gelassen? Ist jetzt nicht passiert, oder? Oh mein Gott, 19.000 Zuschauer. Willst du mich denn verarschen, Alter? Oh mein Gott, hallo. Also, das ist so krass. Grüße gehen raus. Erstmal herzlich willkommen an jeden Einzelnen von euch, der hier von Trimax rüberkommt. Wir, ich weiß nicht, ihr zockt auch FIFA, ne? Also, wir sind hier auch gerade am FIFA zocken. Ich spiele gerade mit meinem Road to Glory Squad. Und kämpfe gerade um Elite 2. Ich habe gerade mit einem 200k-Team oder sowas Elite 3 geholt. Bin gerade bei 24 Wins und schwitze mich gerade in Elite 2. Führe 1-0. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Absoluter Ehrenmann, Alter. Ich hoffe, Trimax ist hier. Ich danke dir von Herzen. Oh mein Gott, nein! Scheiße! Oh Gott sei Dank, Alter. Fuck, das wäre fast schiefgegangen. Dankeschön. Dankeschön von Herzen. Dankeschön an alle, die gerade hier einen Follow da lassen. Absolute Ehrenmänner. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, das zu schätzen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Also, äh... Oh mein Gott. Also, ich bin hier gerade komplett überfordert. Der Gegner ist gerade richtig gut. Ich arbeite daran, dass ich das irgendwie überlebe. Mit diesem riesen Host ist das jetzt gerade natürlich, äh... einen Tick schwieriger geworden. Habe ich. Wir brauchen ein 2-0, Leute. Sonst wird das ganz, ganz hängen. Let's go, Digga! Nice! Da ist das 2-0. Das war ja mit Ansage. Mach ihn rein, Junge. Mach ihn rein. Scheiße, ich bin nicht schroren. Es ist vorbei. Let's go, Digga. Ja. Verdammte Scheiße. Einfach Elite 2 mit Road to Glory Squad. Da ist es, da ist es. Yes! Yes! Let's go! Ja, Mann! So krass, ne? Ich hätt das wirklich, wirklich niemals gedacht. Also, dass... Dass wir hier Elite 2 schaffen. In unserer ersten Weekend League. Mit unserem 200k Road to Glory Team, ne? Euer Support war überragend. Absolut einmalig, Leute. Ihr seht auch, das war alles zu heftig. Auch mit eurer Unterstützung hat das funktioniert, oder? Ihr habt mich immer wieder gepusht. Auch in der Down-Phase habt ihr mich gepusht. Danke von ganzem Herzen. Das wollte ich einfach nochmal loswerden, my friends. Das war so, 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 so eine geile Weekend League. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Weekend League. Die wird genauso geil werden. Da bin ich sicher. Schau mal hier, bitte. Schau mal den Support an. 219 Subs. Es ist einfach unglaublich. 219 Subs. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll, Leute. Wirklich, Dankeschön. Ich sage immer, das alles kann ich nur machen, dank jedem Einzelnen von euch. Ohne euch könnte ich das alles nicht tun. Ich wäre ein Furz im Wind. Es würde mich nicht geben. Hier. Auf Twitch oder irgendwo. Also Dankeschön von Herzen. Danke auch an alle, die sich hier mit Bits beteiligt haben. Donations dagelassen haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liebe geht raus. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Geilsten. Das war eine unglaubliche Weekend League. Und morgen Abend in aller Frische erwarte ich euch auch hier wieder in diesem Stream. Das war es für heute, my friends. Ich wünsche euch einen wundervollen Dienstag. Und wir sehen uns morgen Abend in aller Frische. Tschüss. Bis dann.